Das ist der Hallensprecher, der kündigt uns jetzt den Beginn der Damenklasse Frauenphysik Nummer 1 an. Das sind die Damen, die über 1,63 Meter groß sind. Und hier haben wir direkt eine lokale Matadorin, nämlich Jane Anderson aus England, die mit diesem gelungenen Vortrag Platz 2 belegte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017